Mit Hilfe eines Vorratsgefäßes und eines Marmeladeglases mit zwei Strohhalmen lässt sich ganz leicht ein Springbrunnen erzeugen. Dreht man das mit Wasser gefüllte Marmeladeglas um, so fließt das Wasser aus dem langen blauen Strohhalm, während durch den roten Strohhalm die Luft nachströmt. Der Luftdruck im Glas entspricht also dem äußeren Luftdruck. Taucht man den roten Strohhalm jedoch in das mit Wasser gefüllte Vorratsgefäß, so kann keine Luft mehr nachströmen. Das Wasser fließt aufgrund der Schwerkraft weiterhin aus dem blauen Strohhalm. Dadurch vermindert sich der Wasserstand und die Dichte der Luft im Glas nimmt ab. Es entsteht Unterdruck. Auf die Wasseroberfläche im Vorratsgefäß wirkt der äußere Luftdruck, der nun größer ist als der Druck im Marmeladeglas. Deshalb wird das Wasser durch den Strohhalm in das Marmeladeglas gedrückt, sodass der Luftdruck im Glas konstant bleibt. Derselbe physikalische Vorgang ist dafür verantwortlich, dass man mit einem Gummischlauch das Wasser aus einem Aquarium absaugen kann. aus einem WLB-S